Hallo zusammen! Ich sage ja Hallo zusammen, dann findest du alles nächstes. Aha! Ich dachte, du sagst herzlich willkommen. Nein, ich sage ja Hallo zusammen und du sagst willkommen in Abflugbar in Bern. Willkommen in Abflugbar oder willkommen in Bern? Willkommen in Abflugbar in Bern. Herzlich willkommen in Abflugbar in Bern. Ja, kommen wir rein in unser kleines Kellerlokal. Wir sind hier Abflugbar. Unser Lokal gibt es seit dem 13. August 2009. Es war vorher eine Shisha-Bar. Nach einem Jahr habe ich es dann übernommen, wo ich eigentlich aus dem Cocktailbar machen wollte. Wo wir jetzt eigentlich recht gut gearbeitet haben. Was uns auszeichnet, ist die sorgfältige Auswahl der Zutaten, welche wir aufgrund der begrenzten Kapazität durch Maceration oder Einlegen für unsere Sirups oder Cordials verwenden. Egal zu welcher Uhrzeit der Gast ankommt oder mit welchen Vorlieben auch, wir versuchen immer den nachzugeben und die auch zu erfüllen. Was uns auch zu der Zukunftsvision von der Abflugbar bringt, wir möchten nach 13 Jahren weiterhin Etablissement für gepflegte Trinkkultur sein und auch das etablierte Beibehalten. Mir bedeutet Swiss Bar Awards insofern so etwas, dass es ein schönes Zeichen ist, dass man als kleine, unabhängige Bar auch vor der Industrie wahrgenommen wird. Das sagt sehr viel. Es soll auch ein wenig zeigen, dass man, wenn man ein wenig dran bleibt, dass die Arbeit auch eine Blüte trägt oder Früchte trägt. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Zuerst Blüten, dann Früchte. Wir gewinnen das Award wegen unserer Beständigkeit und weil für uns immer der Gast im Mittelpunkt war und uns im Endeffekt Nachhaltigkeit generiert hat.